Scheiße! Jetzt darfst du auch noch aufmaun in dem Scheiß hier. Ah, fuck you ey. What the hell. Jetzt darfst du auch mal, jetzt darfst du auch mal scheiße. Da kommen wir doch mal rein. Ach, leck mich doch mal. Was? Du hast die Tür aufgemacht? Alter, ist das ein Scheiß. Scheiße. Ja. Äh, ach fuck's sake. Scheiße man, was ist das ey. Oh god, ich bin tot. Das ist schon heftig, also. Scheiße. Also davon hätte ich jetzt einen Screenshot machen müssen, wie ich tot eine Promi, also tot im Main Room drin Flak. Da ist so... Fuckin... ... ... ... ...